Ihr wisst nicht, was euch erwartet! Es gibt eine offizielle Seite, wo ihr euch quasi hier auch für die Beta anmelden könnt, die bald starten wird. Aber da gibt es gleich noch ein paar Infos zu, wie ihr das machen könnt. Und ich möchte an der Stelle erstmal sagen, vielen Dank an jeden, der gestern auf Twitch mit dabei war. Wir waren gestern auf meinem Twitch-Kanal live. Bis spät in die Nacht die BlizzCon noch quasi live übertragen und es war ein unglaublich denkwürdiger Abend. Die Leute waren so gehypt, alle haben sich total gefreut und ich muss auch an der Stelle schon mal sagen, ich bin total zufrieden mit der Herangehensweise, wie Blizzard Burning Crusade Classic angeht. Und da werden wir aber auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, von daher, wenn ihr mir auf Twitch noch nicht folgt, Leute, macht das gerne mal. Link, der erste Link in der Videobeschreibung, hier nochmal eingeblendet. Ich bin dreimal die Woche live, immer Sonntag, Mittwoch und Freitag ab 15 Uhr. Kann man sich angenehm vorm Raid immer gönnen. Und da werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten intensiv auf Burning Crusade vorbereiten. So, jetzt gehen wir mal rein. Was sind die wichtigsten News eigentlich für euch, damit ihr euch quasi auch perfekt auf Burning Crusade vorbereiten könnt? Also es war gestern ein wirklich denkwürdiger Abend und ich konnte es gar nicht glauben, was Blizzard alles quasi geplant hat und wie sehr sie dann doch auf die Community eingegangen sind. Und vor allem auch auf das Feedback. Vorab vielleicht erstmal die wichtigste Info, wie, und das könnt ihr hier auch mal so nebenbei lesen, wenn ihr wollt, wie wird es eigentlich genau ablaufen? Also, Burning Crusade wird quasi auf sogenannten Fortschritts-Rams hier stattfinden. Und das sind die Server, auf denen wir gerade aktuell Classic spielen. Diese Server werden quasi in Burning Crusade übergehen, ja. Wenn ihr allerdings sagt, hey, ich will mit meinem 60er-Char in Classic bleiben, ich möchte Burning Crusade nicht spielen, dann könnt ihr das tun. Es wird einen Zeitpunkt geben, da könnt ihr quasi mit eurem Char, anstatt mit dem Rest vom Server in diesen Fortschritts-Realm quasi weiterzuschreiten, könnt ihr sagen, ey, nee, pass auf, ich will den auf einem Classic-Era oder Era-Server abspeichern. Und da bleibt der für immer in der Classic-Welt. Also es wird quasi ein Zeitpunkt kommen, wo Blizzard euch dann fragt, ey, wollt ihr weitergehen oder nicht? Und ihr könnt euch quasi entscheiden und finde ich gut gelöst. So, das Interessante in der Geschichte ist, es wird aber auch, wenn ihr euch nicht entscheiden wollt, also wenn ihr sagt, naja, ich hab zum Beispiel nur einen 60er-Jäger mit gutem Gier und den möchte ich gerne in Burning Crusade spielen, aber auch in Classic. Für die Leute, die beides weitermachen wollen, die können ihren Char auch kopieren. Das kann man aber nur einmal machen. Und das ist auch kostenpflichtig. Das heißt, wenn ihr quasi komplett for free Burning Crusade spielen wollt oder Classic, könnt ihr es einfach for free machen. Wenn ihr auf beiden spielen wollt, müsst ihr einmal für die Kopie bezahlen, ja. Blizzard wird natürlich damit ein bisschen Kohle machen, so, aber mein Gott, ja, ist mir eigentlich relativ egal. Ich werde mit allen meinen Charts in Burning Crusade weitergehen, weil ich so ein Era-Realm für mich persönlich nicht so interessant finde. Einfach, wo man dann immer quasi nie neuen Content bekommt. Aber für den einen oder anderen ist es sicherlich interessant. So, gehen wir nochmal weiter runter. Wir gehen erstmal auf die grundlegenden Dinge ein. Ihr könnt quasi mit eurem ganz normalen Blizzard-Account und mit eurem normalen WoW-Abo Burning Crusade auch spielen. Ihr braucht also kein weiteres Abo oder so. Ihr könnt einfach, genau wie in WoW Classic eben auch, auswählen, welche WoW-Version ihr spielen wollt. Und könnt euch so eben auch in Burning Crusade dann einloggen, wenn es kommt. Aber gehen wir hier nochmal zu dem schönen Illidan-Artwork und reden über die Änderungen, die kommen werden in Bezug auf Burning Crusade. Die wichtigen News, die ihr einfach nicht verpassen solltet. Und zwar, und das ist das Schöne, auch Spieler, die nicht Classic gespielt haben, die also gar nicht in Classic am Chart waren, haben quasi die Möglichkeit, in Burning Crusade durchzustarten. Und zwar wird es die Möglichkeit geben, einen Level 58er-Char zu bekommen auf einem neuen Account. Und so wie ich das verstanden habe, ich bin mir da noch nicht zu 100% sicher, aber ich glaube schon, kann man diesen 58er-Char nur auf einem Account machen, auf dem sich noch kein 60er-Char befindet. Das bedeutet, wenn ihr jetzt quasi schon einige 60er habt oder irgendwie befürchtet, da kann sich jeder easy noch einen Twink hochpushen damit. Ich meine, es geht nicht. Ich meine, es geht nur auf einem Account, wo man noch keine 60er hat oder vielleicht sogar generell noch gar keinen Schast drauf hat. Aber das wird man noch klären müssen. Generell muss ich sagen, finde ich das gut, dass es die Möglichkeit gibt, mit einem 58er zu starten. Ich weiß, es birgt einige Probleme, die Bot-Problematik und, und, und. Aber ganz ehrlich, Leute, die Bots werden so oder so kommen, die Firmen haben doch ETH und schon 100.000 Magier auf Level 60, von daher irgendwie auch egal am Ende. Und ganz ehrlich, mich haben schon einige Leute angeschrieben, die unglaublich Bock auf Burning Crusade haben, es aber nie gespielt hätten, wenn sie vorher in Classic nochmal hätten leveln müssen. Und sie meinten schon, sie sind jetzt quasi am Start und ich freue mich einfach darauf, mit ihnen gemeinsam in das Spiel reingehen zu dürfen. Natürlich darf man aber auch nicht vergessen, hier sind natürlich eindeutig auch monetäre Interessen von Blizzard am Start, weil natürlich die Spielerschaft enorm wachsen wird, wenn diese Leute mit Level 58 alle ins Spiel reingehen können. Das darf man nicht vergessen an der Stelle. Ja, trotzdem finde ich, hat sich Blizzard auf der gesamten BlizzCon gestern Nacht sehr positiv für mich präsentiert, sind auf die Community eingegangen und, ja, haben sehr wichtige Änderungen angegangen. Zum Beispiel Spellbatching wird es nicht mehr geben, das war aber eigentlich auch schon allen klar, weil da quasi auch auf dem PTR-Server schon so ein kleiner Hotfix am Start war. Aber da hatte man schon drüber spekuliert, also Spellbatching wird es in Burning Crusade nicht mehr geben, das ist auf jeden Fall gerade auch für die Arena ein sehr wichtiger und guter Punkt. Ja, zweite wichtige Neuerung oder Info wird sein, dass der Raid-Content progressiv kommen wird. Das bedeutet also, am Anfang wird nur der T4-Content quasi offen sein, also Karazan, Magtheridon und Grul, glaube ich. Und die weiteren Raids, T5-Content und so weiter, wird quasi dann in Phasen genauso wie in WoW Classic eben auch eröffnet. Und das finde ich auch eine sehr, sehr gute Geschichte. Es hat ja in Classic auch schon wunderbar funktioniert. Dann kommen wir zu der Paladin-Geschichte. Die Paladin-Siegel sind auf beiden Seiten gleich tatsächlich, ja. Also eine wirkliche Änderung am Spiel einfach mal. Das Blutelfen-Paladin-Siegel gab es ja eigentlich nur auf Hordenseite. Das kommt jetzt allerdings auch auf der Ali-Seite. Und zwar wird es irgendwie so sein, dass man das auf Ali-Seite irgendwie auf Level 63 lernen kann. Also die Allianz kann quasi auf Level 63 ihr eigenes Siegel lernen und dann auf Level 70 das der Horde. Und auf der Hordenseite kann man quasi das Blutelfen-Siegel ab 63 lernen und das der Allianz ab Level 70. Also genau umgekehrt ist eigentlich relativ egal, weil auf Level 70 haben dann quasi beide die gleichen Siegel. Und das ist wirklich ein sehr willkommener Change, der keine Probleme irgendwie im Spiel verursacht und einfach für, ja, wahrscheinlich eine etwas ausgeglichenere Fraktionsverteilung auf den Servern, ja, einfach hervorbringen wird. Und weil dann eben nicht so viele Leute extra Horde gehen, nur weil sie eben das Blutelfen-Siegel haben möchten, was einfach schon ein wenig stärker war. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil halt sowieso schon genug Leute wahrscheinlich Horde anfangen werden wegen den UD-Rations in der Arena. Ja, eine weitere Änderung am Spiel kann man sagen, da sind sie auch ein bisschen drauf eingegangen, ist, dass die Arena-Teamgrößen, also zum Beispiel man konnte damals im 2-2 in der Arena nur zwei Leute in den Team einladen. In 3 und 3 und 3 Leute, im Fall von 5 und 5 und 5. Das wurde jeweils verdoppelt, von daher auch eine schöne Geschichte für die Arena-Spieler. Zudem wird das Matchmaking von der Arena vielleicht ein bisschen überarbeitet, weil man einfach hier mittlerweile natürlich, ne, das Game ist vorangeschritten, man hat mehr Erfahrungen gesammelt, hier vielleicht ein anderes MMR anwenden möchte, macht auch eventuell Sinn. Bin doch nochmal gespannt, bin ich nochmal gespannt, wie sie auch hier auf die Win-Trading-Problematik vielleicht eingehen werden. Da bin ich auch froh und mutig, dass sie hier auch quasi, ja, einfach auf intelligente Art und Weise das Arena-System implementieren werden. Über den Armory haben sie leider nichts gesagt, ob ein Armory kommen wird oder halt eine Ladder für die Arena, fand ich ein bisschen schade. Und, ähm, ja, der wohl krasseste Change für mich oder die wichtigste Info für euch alle war für mich einfach, dass wir die Pre-Nerf-Boss-Mechaniken bekommen. Und damit hätte ich nie im Leben gerechnet, also das war auch wirklich gestern, meine Reaktion auf Twitch war wirklich auch, ich bin echt aus allen Wolken gefallen. Hätte ich mir nie im Leben vorstellen können, dass sie wirklich, äh, über solche Dinge nachdenken und das wirklich auch ändern. Also wir werden quasi, ähm, jetzt nicht die Ur-Ur-Ur-Versionen der Bosse bekommen, also die werden schon einige, sag ich mal, so logische, äh, Nerves oder Änderungen an den Bossen werden sie beibehalten. Aber so Dinge wie einfach, dass dann die HP runtergeschraubt wurden oder solche Geschichten, da werden sie quasi nochmal genau drauf schauen und das einfach ändern und vielleicht sogar schwieriger machen. Also das finde ich gerade für die PvE-Spieler und ich selber freue mich ja auch enorm auf den PvE-Content in Berlin-Cosette. Ähm, ähm, eine unglaublich, äh, eine unglaublich coole Geschichte und, äh, ich denke, sie haben einfach hier eindeutig, äh, aus ihren Fehlern aus Classic gelernt. Und, äh, das freut mich einfach. Ja, wozu sie leider nichts gesagt haben, ist die World-Buff-Meta bzw. die ganze Trommel-Geschichte oder so. Da, äh, muss man nochmal schauen. Vielleicht haben sie einfach das auch für, ähm, ja, als gegeben angesehen, dass man die World-Buffs in Berlin-Cosette eh nicht mehr verwenden kann. Ich hoffe, das stimmt auch. Nicht, dass da wieder irgendwelche versteckten World-Buffs dann doch irgendwie nochmal, äh, es geben sollte. Äh, und es gibt kein, und jetzt kommt's, Leute, es gibt kein, äh, Release-Datum und es gibt auch kein Start-Datum für die Beta. Also bei der Beta haben sie nur gesagt, die wird demnächst starten. Äh, da denke ich schon, dass sie in ein, zwei Wochen starten wird. Und, ähm, äh, achso, bevor wir aufs Release-Datum kommen, noch ein kleiner Punkt. Genau, auch noch wichtig. Ihr könnt mit dem Pre-Patch, also bevor Burning Crusade launchen wird, schon Blutelfen und Drenai hochleveln. Ja, das finde ich auch eine coole Geschichte, damit quasi dann, wenn Burning Crusade kommt, eben nicht nur die Classic-Spieler mit ihren 60ern und die, die sich in 58er dann quasi kaufen oder dann mit einem neuen Account besorgen, äh, gleichzeitig anfangen können, sondern eben auch die, die, ähm, Drenai und Blutelfen hochleveln möchten vorher. Und finde ich auch eine interessante Geschichte, ähm, bin ich relativ neutral eingestellt, hätte man auch bleiben lassen können, kann man machen. Ich denke, da werden sich die Leute drüber freuen, die halt eben die jeweiligen Rassen hochleveln möchten. Wird natürlich so noch mehr, äh, Party auf der Höllenfeuerhalbinsel sorgen. Also da wird wirklich gut was los sein am Anfang. Äh, aber genau, das sei auch nochmal gesagt, also, äh, je nachdem wann der Pre-Patch kommt, könnt ihr dann quasi ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate vor Burning Crusade euren Blutelfen oder euren Drenai hochleveln. Ja, und das Wichtigste haben sie leider nicht angekündigt, beziehungsweise leider, vielleicht auch nicht leider, es gibt kein, äh, Release-Datum von Burning Crusade tatsächlich. Wir haben nur gesagt, dass es auf jeden Fall dieses Jahr noch kommen wird. Und, ähm, ja, finde ich, finde ich, äh, also hat mich ein bisschen enttäuscht im ersten Moment. Dann hab ich aber ein bisschen drüber nachgedacht und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht irgendwie, wenn sie sich einfach hier auch, ähm, so ein bisschen die Zeit nehmen wollen einfach und vielleicht auch sich nicht direkt festlegen möchten. Ähm, auch gerade, ne, die Welt sowieso in der Krise wegen der Corona-Geschichte und so weiter. Und daher, äh, sind sie hier vielleicht einfach auch auf Nummer sicher gegangen und möchten uns quasi nicht zu früh hypen. Ähm, es sei ihnen gegönnt und, ähm, ich denke, die Beta wird auch nochmal dazu beitragen, dass sie dann das Feedback nehmen können und dann auch einfach besser abschätzen können, wann es kommen wird. Meine, ähm, Vermutung wird allerdings sein, der League, den wir vor ein paar Wochen oder Monaten hatten, dass der Anfang, äh, das Burning Crusade Anfang Mai kommt. Äh, das halte ich immer noch für realistisch. Es ist natürlich ein bisschen früh vielleicht für den einen oder anderen. Ich kann es aber kaum erwarten. Und vielleicht wird es auch Mitte Mai oder Ende Mai, aber ich denke, so um den Dreh wird es auf jeden Fall kommen. Ja, und dann noch der wichtigste Punkt vielleicht für die Leute, die in die Beta reinschnuppern wollen. Einfach mal hier auf den Link klicken in der Videobeschreibung und nach ganz unten runtergehen. Und dann steht hier, wer der Beta-Tester, da könnt ihr euch quasi hier für die Beta anmelden. Ihr müsst einfach hier draufklicken, dann seid ihr angemeldet und dann habt ihr quasi eine Chance, bei der Beta am Start zu sein. Ja, Leute, das waren die wichtigen News von der BlizzCon. Jetzt habt ihr wirklich alle Infos hier in einem Video am Start. Also wie gesagt, morgen am Sonntag um 10 Uhr morgens wird noch ein Video kommen mit den Highlights von dem BlizzCon-Abend auf Twitch. Und ja, Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, was sind eure Gedanken? Habt ihr irgendwas erwartet? Habt ihr irgendwas nicht erwartet? Wurden eure Pläne über den Haufen geworfen? Ich denke, wir bekommen hier wirklich overall eine wirklich coole Burning Crusade-Version irgendwie mit coolen Features, mit coolen Möglichkeiten für verschiedene Leute wieder ins Spiel einsteigen zu können. Und eine wichtige Sache habe ich auch noch vergessen. Scheiße, es gibt so viele News hier gerade. Genau, es wird auch wahrscheinlich, also WOTLK ist wahrscheinlich auch schon bestätigt. Also es gab da auch so ein Bild, dass quasi die, als ich eben gesagt habe, die Burning Crusade-Fortschritts-Realms werden irgendwann in WOTLK weitergehen wahrscheinlich. Und ihr könnt euch quasi euren Char dann auf einem Burning Crusade-Era-Server abspeichern. Also diese Geschichte wird noch ein bisschen weitergehen. Von daher, die WOTLK-Leute unter euch, die bis zum Ende hier gerade dran geblieben sind, können sich auch noch über diese Info freuen, Leute. Und ich glaube, damit haben wir wirklich alles abgedeckt. Und ich sage, Poggers in the Chat, Leute. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich lese wie immer jeden einzelnen Wunder. Schönen Tag euch noch. Bis zum nächsten Video. Euer Die Pfeiler. Ciao, ciao. Ciao, ciao.